Musik Jo moin Leute, herzlich willkommen zur Bundesliga am 30. Spieltag Tippspiel. Ihr seht es, wir sind wieder in der draußen Location, weil es scheint die Sonne. Es scheint die Sonne und es ist warm, deswegen sind wir draußen und wir tippen jetzt den 30. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga-Saison. Und los geht's mit den Tipps. Heute um 13 Uhr, Hamburg GSV gegen Erzbierge Auer, das gewinnt die Hanseaten mit 3 zu 1. Dann Holstein Kiel gegen den SC Paderborn. Das gewinnt die Paderborner knapp mit 2 zu 3. Dann Duisburg gegen Sandhausen. 2 zu 1 Duisburg. Kreuter führt gegen Union Berlin. 2 zu 4 für Union Berlin. Morgen um 13.30 Uhr. Arminia Bielefeld gegen FC Ingolstadt 04. 3 zu 0 für Bielefeld. Dann SSV Jan Regensburg gewinnt gegen 1. FC Magdeburg mit 3 zu 2. Dann SV Darmstadt 98 verliert. Zuhause gegen VfL Bochum mit 2 zu 3. 1. FC Rheinland gewinnt gegen St. Pauli 3 zu 1. Und es gibt kein Montagspiel. Deswegen wird nur Samstags und Sonntags gespielt. Sonntags sind die allermeisten Tipps. Und jetzt das letzte Spieler ist Dynamo Dresden gegen 1. FC Köln. Das gewinnt die Kölner mit 0 zu 3. So, das war's von diesem Tipp. In der 2. Fußball-Bundesliga-Saison 2. Und... 18, 19. Und... 18, 19. Und... Lasst ein Like da lassen. Aber auf der Tag, wir sehen uns. Ciao. 2. 2, 3 farmer-D迅 Flechtsche Chira auf 好. 2, 3 2 Dockärs Untertitelung des ZDF, 2020